Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 15 Ultimate Team. Hab kurz überlegen müssen. Ich bin ein bisschen verwirrt. So, Partyspielen. Und ich muss hier nochmal mit der portugiesischen Mannschaft ran. Ich kann mir den Ersatz für den Mittelfeldspieler noch nicht leisten. Das ist mein Problem. Es gibt schon verdammt viele Verletzungen mittlerweile. Das ist schon fast kriminell. So viele Verletzungen kriegt man jetzt im Ultimate Team. So, aber die haben gestern solide gespielt. Da werden die das heute auch machen. Hoffe ich jetzt mal. So indirekt. Das wäre schön. So, könnte ich hier bitte... Ah, FAPA 05. Naja, komm. Trikots passen. So, dann können wir ja schon spielen auch. Jetzt bin ich auf seine Mannschaft gespannt. Eine Chemie von 99. Wieso kriegst du nur eine 99? Verstehe ich nicht. Boah, egal. Ist aber relativ cool, die Mannschaft. Aber eine 76er-Wertung nur. Ich glaube, die kriegen wir vielleicht... Ja, klein. Mal sehen. Ich hoffe es sehr stark, dass wir Abad reißen können. Und wir sind daheim. Daheim sind wir immer stärker. Daheim sind wir stärker. So. Der spielt sich hier ein paar Mal den Ball zu. Pist hier nicht gleich durch. Ah, jetzt läuft er hier ins Aus. Mensch Junge, wenn du den Ball schon an annimmst, musst du hier auch kontrollieren, ne? Oh, schön reingelaufen. So, Einwurf für uns. So, Einwurf. Perfekt. Und jetzt hier, überlegt nach vorn. Postiga macht den Raum frei. Flanke kommt. Schade. Sind wir nicht ganz rangekommen in der Mitte. Aber guter Versuch. Gleich mal. Erste Mal die Richtung des gegnerischen Tors anvisiert. Und schon eine gute Leistung. Oh, da ist der Verteidiger zu schnell für Postiga. Oh, lauft auch in den Ball hier rein. Na, gibt ihn hier raus. Ja, den wollte er nicht, weil Abseits und so. So, mach ich den kurz. Ja, den mach ich kurz. Boah, grad noch geschafft. Bevor, dass er hier angestürmt kommt. So, geb ich raus auf den Flügel. Und mach hier gleich mal die Flanke. Kopfball. Oh, drüber. Boah, Mensch. Das wär schön gewesen. So, ich sag mal fortsetzen. Egal, was hier jetzt der Gegner macht. Äh, das wär schon schade, wenn er hier bei einem 0-0 gehen würde. Das glaub ich jetzt eher weniger. Äh, immer diese Unterbrecher hier. Das kann ja nicht sein. Wenn, dann konzentrier ich mich voll und ganz aufs Spiel. Und dann ist Ruhe. Und dann spiel ich hier. Na, komm schon. Na, hat er noch ein paar Sekündchen. Oder meint er, der kann mich jetzt so irritieren, dass er wieder aus der Pause kommt oder nicht. Joa, 3, 2, 1 und go. Joa, danke für die schöne Mats. Und den spielt er auch gleich. Ist er ja doch da. So, du bist aus dem Abseits gekommen, oder? Nö. Ich hätte durchlaufen können. Scheiße. Das tut natürlich weh. Na, ja. Kann man nichts machen. Aber der hat eine echt schnelle Mannschaft. Trotzdem können wir mit unseren Pässen hier punkten. Foulspiel. Komm, zück die gelbe Karte. Nee, sogar den roten Karton holt er hier raus. Ja, das müssen die Leute erst mal in den Kopf kriegen, dass die Schiris hier sehr viel aggressiver sind. Also so eine Grätsche ist hier nicht unbedingt angebracht. Damit hat er ein Spieler schon mal vertan. Ja, schade. So, Nani. Nani immer noch. Bringt die Flanke, aber zu niedrig. So, aus der dritten Reihe, aber, hm, naja. Ein bisschen drüber gezogen. Hilft ja nicht. Muss man halt auch mal riskieren. Ah, den hat er aber hier irgendwo komisch abgewehrt. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt den Spieler hier verloren hat. Muss man da mal sehen. Wenn sich das Spiel ein bisschen auflöst. Aus dem Standard raus. Oh, komm schon. Da wäre ich nicht rangekommen an den. So, Eda. Eda. Ah, Eda. Lass halt den Ball nicht so liegen. Nimm den mit. Das hat ja ausgesehen, wie da so... Ja, boah, da kommt ein Verteidiger. Jawohl. Weg damit. Ah, komm da nicht ran. Oh, und du könntest auch weiterlaufen, wenn hier der Ball schon vor dir vorbeikullert. Na, komm. So, schön rangekommen. Den Bolz ich weg. Sicher ist sicher. Oh. Das ist jetzt nicht so schön, was er hier fabriziert. Ah. Jetzt kriegt er hier noch einen Freistoß in guter Position. Gefällt mir gar nicht. Aber den semmelt er drüber, glücklicherweise. Huh. Da bin ich ja direkt erleichtert. So, kommt wieder ein weiter Ball. Ja, der kommt. Und wie der kommt. So, ich lasse das Bällchen ein bisschen laufen durch meine Reihen. Und dann hat man so eine Schussgelegenheit. Oh, scheiße. Ich bin ja immer noch bei 0-0. Ich war da gerade ganz anders gewickelt. Hätte ich schon mal versuchen müssen, durchzulaufen. Äh. Supi. Schön getrennt. Ah. Oh. Der wurde aber noch gefährlich. Unten Ecke kriege ich auch noch. Supi. So. Ich nehme die kurze Pfostenvariation wieder. So, macht mal. Lauft mal auf dem kurzen Pfosten rum. Ah, Scheide. Scheiße. Scheide. Wieso sage ich Scheide? So. War ich da dran? Nee. Nö, nö. Ja, nee. Ich nehme ihn hier. So, Flanke kommt. Kopfball. Ah, da ist er noch dran. Und Nachschuss. Drin ist er. 1-0. 35. Minute. Huh. Es geht doch. Nix hier mit durchlaufen. Nö, nö, nö. Auch wenn es weh tut. So. Dani. Flanke. Ah, schade. Der ist mal total schlecht gekommen. So, nochmal. Und drin ist er. 2-0. Yay. So schnell kann es gehen. Gute Kombinationen. Und schon sind die drin, die Bälle. Ja, muss man halt ausnutzen, wenn die Hintermannschaft schon so ein bisschen deprimiert ist, weil sie gerade eins reinbekommen haben. Und da muss man sofort draufknüppeln. Und im Gegenzug muss man das selber verhindern können. Weil sonst hat man auch eine ziemliche Arschkarte. Ja, da geht die Motivation ein bisschen in den Keller. So, jetzt probiert er es hier nicht mehr durchzulaufen. Es hat ja die ganze Sache eingeleitet. So. Keinen Konter hier. So. Und schon habe ich wieder Platz. Oh, doch nicht. Oh. Fehlpass. Der tut weh. In der Abwehr hinten. Jetzt kenne ich ihn woher. Normal bin ich immer der, der solche Pässe macht. Ah, gibt ihn noch ein bisschen stärker rüber. Ein bisschen zumindest. Uh, schöner Spin hier. Oh, der ist schnell, der ist schnell. Nichts da. Oh, hilft ihm doch einer. Aber der kam zum Glück nicht stark genug ran. So, weiter Ball. Ah, da kommen wir nicht hin. Aber an den kommen wir hin. Oder auch nicht. So. So. Und nach vorne laufen lassen, der Ball. Nichts gibt's. Ist meiner. Und der ist drin. Oh, doch nicht. An die Latte. Ah, Mensch. Mensch, 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 Mensch. Kann man sich doch nicht mit angucken. Wenn man so knapp daneben liegt. Oh. Ihr quält mich, Jungs. Ihr quält mich. Da schwitzt man doch auf der Trainerbank. Muss man ja offen und ehrlich zugeben. So. Oh. Supi. So. Wer hat hier die Rode bekommen? Ah, okay. Dürfte ein Mittelfeldspieler gewesen sein. So. Er hat zwar mehr Ballbesitz, aber wir mehr Tore. Haha. Wenn's funktioniert, funktioniert's eben. Nö, nö, nö. So. Ah, ich wollte nochmal rübergeben zu Edda. Ich glaub schon, Edda. Wird eigentlich nur noch Postiga bleiben. So. Schön abgelaufen. So. Und weg damit. Zumindest ein Pemederchen. Postiga. Na. Wer grätscht denn hier ins Leere? So. Ich geb hier nochmal zurück. Ganz gekonnt. Ah. Irgendwo darf mal das Ruckeln wieder aufhören. Wo kommt denn das immer her? Versteh ich nicht. Ab und zu läuft halt die Serververbindung auch nicht so gut. 72% der Pässe krieg ich nur durch. 72% der Pässe krieg ich nur durch. Ist ja direkt schlecht. Oh, schöner Schuss. Aber nö. Aber nö. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Ah, grätscht. Ah, grätscht er mir hier den Ball weg. Es geht doch so nicht. Nicht mit mir. Ah. Vorbeigegrätscht. Vorteilsituation jetzt auch nicht mehr. Ah. Kommt er frei zum Flanken. Aber nö. Der geht drüber. Gut so. Ecke. Da war ich noch irgendwie dran. Ich weiß zwar nicht wie. Aber ich war dran. So. Oh. Der kullert raus. Ganz gemütlich. Kulla, kulla, kulla. Kulla, kulla, kulla. Kulla, kulla, kulla. So. Jetzt haben wir eine Runde rumgesponnen. Jetzt sind wir wieder ernst. Machen wir noch einen Deckel drauf mit dem dritten Tor. Das hätte ich jetzt gern vor. So. Danke. Oh. Grätscht er hier noch. Geh konnt hier rein. Oh. Schön. Gefällt mir. Oh. Scheiße. Das war auch mal wieder ein Fehlpass vor dem Herrn. Huuu. Gute Möglichkeit. Wie er sich hier durchgesetzt hat, Edda. Schon schön gewesen. Kann man nicht unbedingt meckern. So. 25 Minuten noch zu spielen. Noch zu viel. Oh. Komm. Ey. Nix gibt's. Mein Ball. Kann ich nur sein, wenn du hier bist. Oh. Er wollte nochmal zu Nani spielen. Aber nee. Das hat nicht ganz funktioniert. Oh. Macht doch hier einen anständigen Pass. So. Ab durch die Mitte mit dem Ball. Uch. Der kam wohl nicht ganz so an, wie er sollte. Ach komm. Lass ihn ausgehen. Oh. Das ist immer so brutal, wenn er, wenn er, wenn er, wenn sie hier noch hinterher hetzen. Und dann eventuell noch den Ball berühren, bevor er da so ausgeht. Da bleibt einem gern mal das Herz stehen. So. Raus auf Nani. Ey. Böses Foul sei da nur. Waaat? Ihr verarscht mich. Wir waren hier im Leben faul. Naja. Soll halt der Schiri meinen. Oh. Jedes Mal wieder. Hauptsache geklärt die ganze Sache, ne? Hauptsache geklärt. So. Komm schon. Randa. Oh. Nicht schon wieder ein Elfmeter. Wie sowas hast. So. So. Der schiebt ihn jetzt. Äh. Okay. Der wechselt auch den Spieler. Der schiebt den rechts rein. Ja. Ich halte wieder. Boah. Boah. Es funktioniert. Ich habe hier heute einen Riecher. Zweiten Elfmeter hintereinander gehalten. Muss ich ja sagen. Die Aufnahme von gestern habe ich auch heute gemacht. Also die Folge von gestern. Also deswegen habe ich ja heute den Riecher. Super. Oh. Das zieht einen so richtig hoch, wenn man so einen Elfmeter hält. Ne, 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 ne. Meiner. So. Den gebe ich mal raus hier. So. Und dann bringe ich die Flanke. Bring da einen schönen Kopfball, der daneben geht. Naja. Man kann es ja mal versuchen. Acht Minuten haben wir noch zu spielen hier. Mit zwei Toren sind zwar alle in der ersten Halbzeit gefallen. Aber ist ja auch nicht schlimm. So weit lässt man sich ja auch noch eingehen. Nani. Ah. Da will man einfach mal draufziehen und dann. Oh. Da war ich doch nicht so frei, wie ich dachte. So. Einfach mal ran an die ganze Schose. Ah. Darf ich wieder nicht rangehen? Jetzt aber. Ah. Fängt er den ab? Ich hätte ihn hoch machen sollen. Ich hätte ihn hoch machen sollen. Ne, ne, ne. So ungefähr. Schön geschnibbelt. Ist halb gewonnen. Oh. Schade. Kriegt der Torwart hier noch zu fassen? Ist denn das zu fassen? Dass er den noch zu fassen kriegt? Tchuh. Was macht er denn? Nix, äh. Ordinäres. Denke ich mal. Ah. Lass ich hier mich aussteigen lassen. Äh, tun. Äh, tun. Tuten, tun. Supi. Ah. Dann kann er den nochmal abfangen. In den letzten fünf Minuten wird ja wirklich nichts mehr passieren. Hoffe ich jetzt mal. Das lasse ich hier nicht mehr anbringen. So, er hat sich ein Spieler verletzt. Das sieht man auch immer gern. So, Ball kommt nochmal in die Mitte. Aber, boah. Dann halt nicht. Er hat nochmal eine Konterschance. Muss ja nicht, ne? Muss man ja nicht nutzen. So, ich bin gut dran. Und weg damit. Wollte ich machen. Aber, hey. Zwei Spiele, sechs Punkte. Boah. Funktioniert. Wir sind definitiv besser dran als in der letzten Saison. Der letzte war ja grausam. Und jetzt läuft es ein bisschen. Auch wenn wir die Mannschaft nicht groß umgestellt haben, läuft es. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder dabei. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.